Du studierst Germanistik in Göttingen und fragst dich, wie du die Fachliteratur findest, die in deinen Lehrveranstaltungen empfohlen wird? Dann bist du hier richtig. In diesem Video zeigen wir von der Mittelalter Germanistik dir am Beispiel der Einführung Ältere deutsche Literatur von Gerd Hübner, wie du Bücher in der Seminarbibliothek findest. Um das gesuchte Buch in der Seminarbibliothek der deutschen Philologie aufzuspüren, brauchst du die Signatur des Buchs. Die gibt dir der Göttinger Online-Katalog, der GOK, bei deiner Recherche an. Die Signatur kannst du entweder mitbringen oder in der Bibliothek direkt dort an den Computern heraussuchen. Die Einführung von Gerd Hübner hat die Signatur P1 575 zweite Auflage. Was auf den ersten Blick ein wenig verwirrend aussieht, lässt sich ganz leicht aufdröseln, wenn du erstmal in der Bibliothek angekommen bist. Denn dort hat jeder Raum seinen eigenen Buchstaben. Du schaust also einfach auf den Raumplan an der Eingangstür. Darauf suchst du nach dem Raum mit dem Buchstaben P. Dorthin lotsen dich auch die Buchstaben auf dem Boden. Die Seminarbibliothek der deutschen Philologie ist thematisch aufgebaut. Das fällt dir im P-Raum bestimmt schnell auf, denn dort beziehen sich fast alle Bücher auf das Mittelalter. In welchem Regal du das gesuchte Buch findest, verrät er die Zahl nach dem Buchstaben, der den Raum markiert. Also in unserem Fall Regal P1. Das erkennst du am schnellsten, wenn du einfach auf die Schilder an den Seiten der Regale achtest. Sobald du das richtige Regal gesehen hast, musst du eigentlich nur noch die Zahlen der Signatur nachverfolgen. Und schon hast du das Einführungsbuch gefunden. Und jetzt? Du kannst das Buch natürlich hier in der Bibliothek lesen und dir alle wichtigen Dinge herausschreiben. Aber falls du eigentlich am liebsten im Schlafanzug mit einer Tasse Kaffee in der Hand liest, gibt es zum Glück auch andere Optionen. Die Ausleihe ist in der Seminarbibliothek allerdings nur unter bestimmten Bedingungen möglich. Denn unsere Fachbereichsbibliothek ist eine Präsenzbibliothek. Das heißt, alle Bücher sind immer präsent. Das ist zwar nicht so praktisch, wenn du das Buch gerne mit nach Hause nehmen würdest, aber wenn du mal ein Buch ganz dringend brauchst, kannst du dir sicher sein, dass niemand anderes das Buch gerade ausgeliehen hat. Vor allem dann, wenn du später im Studium Hausarbeiten schreibst, ist die Präsenzbibliothek also Gold wert. Hier hast du nämlich die Garantie, immer das zu finden, was du gerade suchst. Es gibt aber zwei kleine Ausnahmen, was die Ausleihe angeht. Erstens gibt es freitags die Möglichkeit der Kurzausleihe. Dann kannst du das Buch immerhin für das Wochenende mitnehmen. Zweitens gibt es noch eine spezielle Ausleihbibliothek im Obergeschoss. Dort gibt es wichtige Arbeitsbücher und Werkausgaben, die du für vier Wochen ausleihen kannst. Natürlich kannst du das Buch auch direkt in der Bibliothek einfach kopieren oder einscannen. Die Kopierer und Buchscanner findest du in den Räumen gleich hinter dem Bibliothekseingang. Und dann steht deiner Lektüre im Schlafanzug nichts mehr im Weg.